Was sollte ich von einer Schultermagnetresonantstomographie erwarten? Eine Schultermagnetresonantstomographie ist eine medizinische Bildgebungsstudie, die Informationen über die innere Anatomie der Schulter eines Patienten bereitstellt. Diese Art von Studie wird geordnet, wenn ein Patient mit Schulterschmerzen auftritt und ein Arzt ein Bild davon bekommen möchte, was in der Schulter vorgeht. Schultermagnetresonanzaufnahmen werden auch verwendet, um das Ergebnis einer Schulteroperation zu überwachen, um zu bestätigen, dass die Stelle gut geheilt ist. Bei der Magnetresonantstomographie werden Wasserstoffatome im Körper mit Magnetisierung angeregt und mit einem Radiofrequenzfeld getroffen, das zur Erzeugung eines Magnetfelds führt, das von der Abbildungsmaschine erfasst werden kann. Die Schultermagnetresonantstomographie besteht darin, dass der Patient nicht ionisierender Strahlung ausgesetzt wird und Bilder mit sehr hoher Auflösung des Inneren des Körpers, einschließlich unterschiedlicher Bereiche des Weichgewebes, bereitgestellt werden. Bei einer typischen Schultermagnetresonantstomographie wird der Patient aufgefordert, ein Krankenhauskleid anzuziehen und alle Metallgegenstände einschließlich Piercings, Hochzeitsschmuck-USW zu entfernen. Wenn ein Patient Metall in seinem Körper hat, wie im Fall eines Schrittmachers oder Stiften, die bei orthopädischen Operationen verwendet werden, sollte dies dem Techniker, der den Test durchführt, mitgedeilt werden. Nach der Vorbereitung wird der Patient auf einen Tisch gestellt, der in die Magnetresonantstomographie-Maschine gerollt wird, und die Maschine wird eingeschaltet. Während einer Schultermagnetresonantstomographie ist der Patient allein im Magnetresonantstomographen, aber ein Techniker kann den Patienten durch ein Fenster sehen, und es gibt ein Zweiwege-Kommunikationssystem, mit dem der Techniker und der Patient miteinander sprechen können. Patienten sollten unerwünschte Symptome wie extreme Schmerzen melden, damit der Techniker den Test abbrechen kann. Der Patient muss auch im Inneren des Magnetresonanzbildgebungsgeräts sehr ruhig bleiben, damit ein klares Bild erhalten werden kann. Wenn ein Patient weiß, dass er oder sie Schwierigkeiten haben wird, stillzuhalten, kann ein Berührungsmittel verabreicht werden, um den Patienten zu entspannen. Es kann sehr intensiv sein, sich in einem Magnetresonanzgerät zu befinden. Das Gerät ist extrem laut, und Patienten erhalten häufig Kopfhörer oder Ohrstöpsel, damit sie sich wohlfühlen. Manche Menschen empfinden es auch als klaustrophobisch und können unter Stress- oder Panikattacken leiden. Patienten, die wissen, dass sie sich in engen Räumen nicht wohlfühlen, möchten vielleicht fragen, ob eine offene Magnetresonantstomographie-Maschine zur Verfügung steht, um die Schultermagnetresonantstomographie durchzuführen. Eine Schultermagnetresonantstomographie kann je nach Detail gerade 30 Minuten bis eine Stunde dauern. Patienten verspüren möglicherweise ein Wärmigefühl in der Schulter, die bildgebende Untersuchung sollte jedoch nicht schmerzhaft sein. In einigen Fällen kann Kontrastmittel auf Verlangen eines Arztes injiziert werden. Bei einer Magnetresonantstomographie mit Kontrastmittel können Patienten zusätzliche Nebenwirkungen erfahren, einschließlich allergischer Reaktionen auf Komponenten des Kontrastfarbstoffs. Wenn eine Kontraststudie beantragt wird, sollten die Patienten nach den Nebenwirkungen fragen, die mit dem verwendeten Kontrastmittel verbunden sind, und sie sollten ihren Arzt über Allergien informieren.